Es ist definitiv mehr als nur eine Geschichte. Wir beginnen mit diesem Mann, diesem Mann der Wissenschaft. Aber bald öffnet sich die Story und da muss sich jeder ein eigenes Bild machen. Wahr, falsch, schwarz, weiß, alles verschwimmt. Es ist definitiv die Geschichte unserer Generation. Es war auf einmal da. Ich dachte zuerst, es sei ein Stück Freipons. Aber dann bewegte es sich. Wieso kann niemand dagegen etwas tun? Es war so aufwendig und trotzdem so cool. Es ist eindeutig das größte Projekt, an dem ich je mitgearbeitet habe. Alles echt, alles wird vor Ort gefilmt. Er ist mein Freund. Er hat nie jemandem etwas getan. Er ist gut zu den Menschen. Es wird großartig. Es hat den See verlassen. Die Menschen sind nicht länger sicher. Es ist ihre Stadt. Sie müssen jetzt etwas tun. Jetzt, bevor es zu spät ist. Einmalig, was da geschaffen worden ist und wie das passiert ist. Ich nenne dich Woody. EEN GEN globalen ELEH ON